Ich weiß, ich bin früh dran. Allerdings, als ich gestern einkaufen war, gab es schon wieder Lebkuchen zu kaufen und Weihnachtsgebäck. Und da fiel mir ein, ja, es ist bald wieder Weihnachten. Das geht schneller als wir glauben. Und dann kommen wieder die Raunächte. Der schöne Jahreswechsel, den ich ja sowieso für mich immer zelebriere. Und letztes Jahr hatte ich zum ersten Mal den Raum geöffnet für dich, der du vielleicht dabei warst, mit mir vom 21.12. bis zum 6.1. diese Raunächte zu zelebrieren, zu feiern, die vorzubereiten. Und dieses Jahr gibt es diese Möglichkeit auch wieder. Und wenn du sagst, ja, da mache ich wieder mit oder zum ersten Mal dabei sein willst, kannst du dich jetzt schon einbuchen oder auch mir schreiben und fragen, was denn genau da alles läuft. Da kann ich einfach Infos schicken oder telefonieren wir kurz über WhatsApp, wie auch immer, oder Sprachnachrichten. Es gibt ja viele Möglichkeiten heute. Also, es gibt wieder Raunachts-Special. Seid mit dabei.